Im Hotel sieht es ziemlich scheiße aus, aber wenigstens versucht einer zu überleben. Wir sollten ihn einladen. Wir haben ein paar Ratten. Ihr solltet was anderes sammeln. Wir haben ein paar Rattenfallen ausgelegt und jetzt haben wir wenigstens was zu essen. Keiner wird es jemals merken. Okay, das heißt, hier brauchen wir die noch. Na gut, dass es angezeigt wird. Ja, komm, dann. 2 Survivor. 14 Pro... So, ich will nicht, dass wir sterben. Das heißt... Ne, hier, Kater kann mit. Der macht nichts. Ah, den schicke ich los, auszukundschaften. Dem kommt Thomas Martinez mit. So, und du... Nein. Ihr holt den Rest daher. Habe ich sonst wirklich nichts mehr zum Wegnehmen? Das ist ja echt peinlich. Nimmst, gibt's Essen oder so? Ja, dann scoutet mal. Wir scouten da hinten. Wir scouten natürlich im Park. Da kennt sich Magnus Walter Walker ja aus. Und wir scouten... Oh. Können wir nicht scouten? Warum auch immer? Und wir scouten... Das hier. Geht auch nicht. Haben wir nicht noch eine Person? Habe ich was verpasst? Oh. Yoshihiro... Yoshihiro... Du warst so ein guter Sammel... Naja, okay, das ist alles. Wir haben Zombies gekillt. Mit dem Feuer macht's viel mehr Spaß. Für ein Zombie. Bisschen übertrieben. Wir haben alle getötet. Sehr schön. Jetzt haben wir das Hotel. Und wir haben... Einen Söldner, der sich da drin versteckt hat. Ja. Söldner ist schön, aber... Brauchten wir jetzt nicht wirklich. Achso, wir haben jetzt einen. Wir dürfen da immer noch nachgucken. Das heißt, hier gibt es noch was. Hm. Aber ich denke mal, hier ist es besser, wenn ich... ...alle da hinschicke. 15 Uhr. Ach, habt Spaß. Ich wollte ja ausbauen. Stimmt, 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 stimmt. Ich wollte nämlich... Oh, fuck. Maus drückt einfach. Ich wollte das hier ausbauen. Reclaim. Und... Das dauert 5 mit mir. Aber ich bin einfach so cool. Ich mach das. Dann wiederum... Kann auch die ganze Zeit mehr Hansen. Major Hansen. Daran arbeiten. Ja, mach. 5 Tage. Braucht dich eh nicht. Wir brauchen erst wieder Platz. Die Farm ist super zu übernehmen. Aber dafür müssen wir erst töten. Das machen wir doch gerne. Hier mit den beiden. Warte. Da reicht, wenn ich den Frost dazu tue. Wir haben das... Das Neue... Ich finde es toll, dass man Sachen finden kann. Ah, das ist doof. Jetzt brauchen wir unbedingt mehr Häuser. Sonst verschwinden die. Oder ich könnte hier... Ah, hier. Ja, ist egal. Oh, guck mal. Da sind immer mehr. Habt ihr es gesehen? Troubling. I'm trouble now. Aber ist egal. Wir töten einfach mal. Das sieht ganz gut aus. Und hier... Auch... Töten. Boah. Was soll ich denn machen? Ja, hier. Scout mal die Arena. Carter. Ach, ich brauch unbedingt... Wo ist hier... Das hier. Kann das sein? Porn Shop. Ein McDonald's. Der wird vielleicht unbedingt haben. Eine Baustelle. Eine Baustelle. Äh, ich brauch sowas. Ich muss unbedingt Wissenschaft hier. Labor. Das brauche ich unbedingt. Haben wir aber schon gescoutet. Das heißt, wir müssen jetzt da hin. Wir gucken jetzt nochmal das Labor durch. Fertig. Und so ist das Spiel. Das macht total Spaß. Ich... Das sieht besser aus. Aber ich muss zugeben, das andere war besser. Also am ersten sah es total scheiße aus. Aber es war irgendwie so... Bam, bam. Es gab Action und die Zombies kamen an und so. Das ist es hier, wenn ich erst wieder dazu tue. Äh... Naja. Wir haben zwei getötet. Gustav. Kapitalismus gibt's wohl immer noch. Ein... Ein Händler namens Gustav kam heute vorbei. In einer sehr gepanzerten Karawane. Wir haben ihnen ein bisschen Altmetall gegen Reis eingetauscht. Geil. Und wir haben die... Yes. Sehr gut. Aaron sagt uns... Äh... Ich hab mir... Ich hab mir immer davon geträumt, eine kleine Hütte mit weißem Zaun zu haben. Wie wir das hier gerade gesichert haben. Natürlich ohne die verrotteten Körper der vorherigen Besitzer. Aber man hat nicht alles perfekt. So und... Äh... Okay. Beef Jerky. Sie haben so... Sie haben trockenes Trockenfleisch gefunden. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Das heißt... Hier wird... Ne... Wieder gemacht. Hier wird natürlich jetzt... Scheiße. Da hab ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich hab beide weggetan. Ich vollidiot. Ist auch nicht so schlimm. Können wir immer noch machen. Ach nee. Ich bin da. Yeah. Ich hab ja nur gescoutet. Stimmt ja. 70%. Ich bin so toll. Equippe ich mir irgendwas geiles. Oh. Warte. Oh. Muffin gibt mir Angriff und... Und Scavenging. Warum auch immer. Ich hätte mal lieber was anderes nehmen sollen. Als Anführer. Naja. Ich kann mich ja auch mit woanders hinschicken. Ich kann ja mich... ...zum Allround-Helden machen. So. Du gehst da hin und holst die. Ähm. Nein. Farmen brauchen wir nicht. Äh. Ah. Das ist ein bisschen blöd hier. Ich muss jetzt mal nachgucken, wie viel Essen wir haben. Wir kriegen drei Stück... ...pro Tag. Das wird nicht reichen, weil zwölf werden pro Tag gegessen. Ah. Deshalb heißt er oben Minus. Nicht wie viel wir essen, sondern wie viel Minus wir haben. Ach so. Oh. Wir müssen unbedingt hier reclaimen. Ah. Da wird ja gerade getötet. Das ist alles in Ordnung. Da wird ja gerade getötet. Das hört sich so scheiße an. Hier wird auch getötet. Ähm. Oh. Oh. Aaron ist ja fertig. Stimmt ja. Ähm. Ähm. Das heißt, Aaron wird hier mal... Nee. Hier wird gerade getötet. Ich brauche... Dammit. Was macht denn Aaron? Kann Aaron irgendwas holen? Hier, dann... Nein. Ich habe da doch getötet. Wieso sind denn wieder da? Oh. Ich bin genervt. Super. Aaron kann nichts machen. Aaron... Oh shit. Hier. Guck dir das an. Ähm. Some food. Ist viel zu gefährlich. Aber wenn wir alle hinschicken, dann nicht so. Ja, Aaron. Nun musst du dich entscheiden. Nö. Äh. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil ich habe jetzt keinen umgebracht. Alle leben hier noch. Dann wird Aaron nichts tun. Doch, scouten ist immer gut. Hier hinten zum Beispiel. Hier hinten zum Beispiel. Schön im Trailerpark. Viel Spaß mit einer Säge im Trailerpark. Wir haben Zombies gekillt. Ja. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist schön. Jetzt sieht es aus, ob sie besetzt werden könnte. Und Yippie-Ki-Yay. Wir haben heute fünf Zombies getötet. Boah, fünf Stück. Xavier. Super. Und wir haben es nicht geschafft zu rekrutieren. Äh, ich habe ein Lebenszeichen gesehen. Aber wir haben nur Zombies angelockt. Wir sollten es später nochmal probieren. Das war ich. Ich habe gefailt. Oh, boah, bin ich schlecht. Und noch eine Säge. Das bringt uns gar nichts gerade. Doch, wir könnten jemanden dazu. Ich könnte zum Beispiel Hansen das geben. Wir haben einen Trailerpark gefunden. Und da sind Menschen. Sie waren aber ziemlich aggressiv. Vielleicht sind sie auch einfach nur ängstlich. Gucken wir mal. Na, okay. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal. Hier zum Beispiel ist nur noch ein bisschen. Das ist egal. Wir holen uns das jetzt wieder mit. Man kann aber nur eine Sache aus. Du hast doch zwei Hände. Wieso kannst du nicht zwei Sägen auf einmal benutzen? Oh, verstehe ich nicht. Geht das schneller, wenn ich jetzt auch noch eine Säge bekomme? Ne, ich habe jetzt schon einen Hund. Will irgendjemand eine Säge? Willst du eine Säge? Ich meine, du kannst mithelfen dann. Stimmt aber. Solange er hier nichts macht, kann er ja andere Sachen einnehmen. Sehr schön, okay. Wir nehmen Fischhead. Macht da. Und dann haben wir Scheiß auf den echt mal. Ich reclaime das jetzt. Das machst du und es dauert vier. Ja, Pech. Dann läuft sie halt weg. Blöde Kuh. So ein All-Mart ist gut für den großen Platz. Aber ansonsten. Reclaim hier. Wer möchte reclaim? Ich möchte nicht. Ach, das brauche ich nicht. Da kann man Alkohol trinken. Das ist nicht immer gut, aber es macht die Leute glücklich. Und wenn sie später zu unglücklich sind, dann... Keine Ahnung, ich habe sie immer glücklich gemacht. Ich habe sie glücklich gemacht. Hier sind zwei Stück. Holen wir uns doch gleich mal. Nur mit mir. Nur mit mir. Oh, ich brauche aber jemanden, der mir hilft. Frost kommt wieder mit. Sehr schön. Das war es dann auch. Jetzt habe ich noch ziemlich viele Angreifer. Das heißt, wir wollten uns ja hierhin hinbringen. Das heißt, wir töten hier mal die Troubling-Teile. Oh, die sind ja gleich richtig gut hier. Die sind ja gleich richtig gut. Ihr beide geht los. Und scavengen. No food. No food. Seid ihr blöd? Ich muss doch irgendwo Essen geben. Oh. Muss ich jetzt alles scouten? Hier gibt es auch kein Essen. Kein Essen, aber man könnte nach anderen Sachen suchen. Ja, komm, dann. 59. Die gehen alle... Das ist doch blöd. Nein, wisst ihr was? Dann werde ich jetzt erst mal so scavengen. Das heißt, ähm... Naja, ich meine scouten. Das heißt, scout... Start... Scout... Start... Weil... Das kostet nichts. Oh. Alles hier unten. Und der Porn... Der Porn? Porn, nicht Porn. So. Die Last Judgment Gang. Was? Die Last Judgment Gang hat uns, äh, angegriffen. Haben uns ausgeraubt letzte Nacht. Und haben unser Essen geklaut. Sie waren wie katholische Priester verkleidet. Und haben irgendwas rumgeschrien. Irgendeinen Scheiß von wegen... Unsere Sünden werden bestraft. Und wir haben zwei neue Leute. Matteo Clark und Stephen McKinney. Ähm... Im Porn-Store... Äh... Shop sind ein paar Leute. Ähm... Achso, das ist... Jaja, Porn heißt, äh, eintauschen. Smiley Face. Hm... Sie sollen mit über 30% glücklich sein. Oder sie könnten aufhören zu arbeiten. Hol dir Kirchen und Bars. Das macht sie glücklich. Ja, guck mal, da unten sehen wir schon, äh, das Rathaus. Das heißt, wir müssen nach unten arbeiten. Weil nur mit dem Rathaus können wir wieder in Ordnung bringen. Und so, nee. So, dann gucken wir mal. Ja, wir haben nämlich Leute. Ich, äh, finde es... Ich, warte mal. Ich muss das ja lernen, ne? Kann ich das hier oben draufklicken? Ja. Wir haben neue Leute. Leider scheinbar nur wieder Angreifer. Das heißt, leider. Wir müssen so oder so angreifen. Hier zum Beispiel müssen wir die, äh, die beiden losschicken. Die werden zurückgeholt. Was ist jetzt besser? Hier unten hin? Oder? Wir brauchen unbedingt Essen. Daher, die beiden müssen reclaimed werden. Ähm, hier würde ich gerne mal jemanden hinschicken. Zum Scouten. Aber... Oh, ihr seid doof. Habe ich nicht... Guck mal, nirgends gibt's was. Oh, aber... So 69% einen Gegenstand zu finden, ist auch nicht scheiße. Boah. Oh, hier gibt's Supply... Some Food. Okay. Äh, joah. Dann schicke ich euch mal so los. Wir müssen das wiederholen, das Essen. Und... Danach gehe ich hier rüber. Dann holen wir uns gleich das Krankenhaus. Das heißt, wir töten... Fuck. Nein, das ist viel zu schwer. Warum ist das so schwer? Hier ist es besser. Aber da kommen wir nicht so schnell hin. Dammit. Schon ist das ein bisschen problematischer alles hier. Ich scoute mal hier hinten. Das habe ich... Das ist nämlich neu. Das kenne ich noch nicht. Eine Baustelle. Ah, Mist. Das ist troubling. Langsam wird's... Äh... Ein bisschen schwerer. Hier. Dann hören wir jetzt den Markt zurück. Oh, das ist aber auch wieder sehr viel. Was ist hier los? Das finde ich nicht gut. Eigentlich will ich nur hier hin. Dann scoute mal. Und du scoutest... Hier hinten. Dann finden wir den nämlich gleich. Okay. Nein. Haben wir es geschafft? Äh... Jo. Alle sind cool geblieben. Sehr schön. Ähm... Alle sind ein bisschen durcheinander. Oder auf... Also so ein bisschen durchgeschüttelt worden. Aber wir sind auch im Leben. Die Zombie-Condition. Äh... Was? Es gibt ein bisschen, ähm... Streit über... Wegen eines Buches. Das einer von unseren Überlebenden schreibt. Das heißt die Zombie-Condition. Der Autor glorifiziert darin... Dass... Äh... Was? Diese Krankheit als ein Geschenk. Was einige aufregt. Sollten wir das Buch bannen? Das ist neu. Warte mal. Warum ist er bei uns? Warum ist er ein Überlebender, wenn er denkt, die Krankheit ist ein Geschenk? Ja. Fans finden das nicht sehr gut. Sie werden wohl, äh... Geheim weitermachen. Ne, egal. Da. Jetzt haben wir mal ein interessantes Gebäude. One-Night-Stands. Alte City Hall. Also Rathaus. Ähm... Es heißt, sie sind total überrannt mit Zombies. Aber wenn wir es einmal wieder haben, können wir ein Center für ein, äh... Richtige... Neue... Ja... Staats... Herrschaft. Hier. Macher bringen. Wir haben zwei Zombies gekillt. Oh, cool. Wir hatten keine Probleme und die Sonne scheint. Wir haben Essen gefunden. McNoodles. Ziemlich viel Essen da drin. Ich weiß nicht, wie lange es halten wird. Wir haben... Äh... Binoculars. Habe ich davor noch gesagt. Bin müde. Ausrede. Ferngläser gefunden. Im alten Warenhaus. Sehr schön. Ferngläser bekommt... Ähm... Ich glaube... Ähm... Ich glaube, das soll... Das macht das hier besser. Aber ich kann hier nicht... Ich gucke einfach mal nach. Oh, nee. Scouten macht es besser. Sehr gut. Dann... Würde ich mal sagen... Rebecca hat... 3,5... Thomas Martinez bekommt die. So. Ist ein bisschen unfair für Rebecca. Aber Rebecca ist ja auch nur ein Mädchen. So. Wir haben... Ah, jetzt hätte ich mal gleich gucken sollen. Äh... Ach, die sind alle nicht da. Ich kann keine neuen Leute holen. Aber wir können killen. Das heißt, wir killen uns jetzt hier durch. Hier wird erstmal... Schön... Essen geholt. Mit allen dreien. Warum nicht? Ist gleich 0. Die schützen sich ziemlich. Also... Macht das. Geht zu McNoodles. Von mir aus. Was ist hier? Einfach nur... Nichts. Also... Schade. Ich dachte... Warfletting. Mall. Das war auch noch was. Ah, nee. Nicht Mall. Irgendwo. War es die Mall? Irgendwas Großes. Da könnte man was draus machen. Hier zum Beispiel ist Overrun. Alles vor. Viel zu schwer. Da können wir noch nicht. Wir haben viel... Oh, sind das viele Einkaufszentren. Übertrieben March. Scoute mal. Ich scoute mal wieder. Und... Reclaim dauert ja ewig. Reclaim. Weißt du was? Mach das mal. Weil... Die anderen brauchen irgendwie ewig. Dann habe ich Frost aber erstmal nicht mehr. Oh, guckt mal. Anführer Dingens hatten die auch. Aber Frost ist ja nicht so gut. Das heißt, er könnte... Das dauert aber fünf Runden. Und das dauert nur noch einen gleich. Das heißt, es wäre besser, wenn er... Sowas hier reclaimed. Oh, sind jetzt Zombies zu viel. Und das ist ein Survivor, den ich noch nicht habe. I hate you all. Die Ausbreitung ist echt... So, dann killt er jetzt hier. Den macht... Das macht Robert. Warte. Ja. Ähm... Bin ich gleich hier rüber? Ah, es geht wirklich um hier... Wo man leben kann. Und deshalb im Trailerpark können da welche leben? Ich kann es ja mal probieren. Dann töten wir jetzt hier die... Zwei Prozent. Das wird schon. Ah, Little Hobo. London. Der wandernde Hund London... Äh... Ist heute mit frischem Wild angekommen. Was wir essen können. Vielleicht will er diesmal bei uns bleiben. Ja. Haben wir vielleicht irgendwie eine Geschichte vergessen oder sowas zu erzählen? Wir haben London. Ein Hund. Was macht London? Angriff und... Achso. Und Anführer. Oh, Anführer? Das ist viel cooler auch ein Hund. Den will ich haben. Tut mir leid. Wie ich meinen Hund einfach jetzt austausche. Aber ich will London. Ich will Anführer sein. Ich will nicht scavengen. So. Und... Ähm... Der andere macht Angriff und... Meiner... Soll ich den kleinen... Kleinen Puck hier... Wie heißt das auf... Ähm... Den kleinen Hund auf jeden Fall... Soll ich den hier bei den Leuten mitschicken? Oder soll ich den... Sachen holen lassen? Ich glaube, ich mach, dass er Sachen holt. Der kleine Hund. Das heißt, Rebecca kriegt jetzt hier den kleinen Hund. Bitteschön. Kannst du auch besser verteidigen so. Kölf an! Das ist süß. Ich hab London. Der ist viel besser. Ja, ich bin oberflächlich. Und wir haben ein neues Apartment. Jo. Äh... Meir Hansen ist so glücklich. Und wir haben eine große Farm. Wir werden all die toten Körper verbrennen. Ähm... Damit sie auch wirklich tot bleiben. Ja. Zwei Buildings. Yay. Und zwei Essen. Wir haben vier Tommies gekillt. Was? Zombies mögen zu essen, aber sie können nicht mehr verdauen. Daher werden... Ähm... Ähm... Blähen sich ihre Mägen auf. Und wenn du sie richtig triffst, explodieren sie. Ha! Und wir haben hier... Jemand hat einen Weinkeller in den alten Nudeln-Laden gepackt. Und wir haben eine sehr schöne Kollektion gefunden. Wir können feiern. Glücklichkeit plus. Yay. Wir haben Essen gefunden. Ähm... Wir sind nicht sehr nahe gegangen, aber... Scheinbar ist... Supermarkt noch intakt und wir können ziemlich viel finden. Das ist doch super. Das heißt, da gehen wir auch gleich hin. 24. Das Problem ist, wenn ich die beiden mache und so ein Matteo noch dazu bringe, weil das Essen wird nicht mehr. Nee. 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 Ach, der braucht hier aber auch lang. Achso, das ist der Wissenschaftler mit seiner Säge. Aber sehr schön. Wir haben jetzt einen Farm... Wir haben jetzt einen Farm... Hier. Äh... Ähm... Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Mir egal. Und... Oh, Reclaim. Dammit. Thomas... Oh nein. Thomas Martinez. Was machen wir mit dir? 26 Prozent. Und hier... Ist nichts mehr. Shit. Shit. Oh, Mann. Dann... Haben die nicht... War es nicht, dass hier unten welche waren? Zwei Stück? Dann mache ich das einfach. Hier 81 Prozent. Und dann nämlich noch... Oh nein. Das ist zu gefährlich, da hinzugehen. Fug. Aber irgendwo haben wir... Ah, hier da noch einer, der nicht angezeigt wurde. Hier ist es ein bisschen sicherer. Ja, dann geh da hin. Mein Gott. Ich habe ja noch meinen Hund. Heile London. Hm. So war ein Name. Entschuldigung. Äh, ist halt so, finde ich. So. Kann ich hier noch? Nirgends gibt's was. Da ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Da ist es, ähm... Oh, zwei Prozent. So. Wird der eigentlich besser? Vielleicht sollte ich dem mal eine Waffe geben. Hehe. So. Jetzt kommt er erstmal eher, auch wenn er gut im Sammeln ist, kommt er erstmal dahin. Weil er muss ein bisschen helfen beim... Das geht natürlich. Und dann wollen wir mal gucken. Die Liebeskarawane. Gustav. Oh, der Frau Händler. Brachte ein paar besondere Ladies zu unserem Ford. Äh, Ladies mit besonderen Talenten. Was man meistens hinter verschlossenen Türen macht. Wir könnten sie für einen Tag anheuern. Äh, für 15 essen. Oh, ungeschützten Sex. Ich hoffe, die machen geschützten Sex. Nicht, dass jetzt... Die ganzen Söldner würden sich freuen. Deshalb mach ich das mal. Hm. Wirklich. Es wurde fast gekämpft und gestritten darum, wer zuerst die Rothaarige bekommt. Wirklich. Ich find das... Ich geh, ich hab meine eigene Meinung dazu. Ich find das total in Ordnung und total normal und so richtig. Bloß ich stell mir grad so vor, wie da ganz viele Männer in einem Raum sind und darüber streiten, wer zuerst... Zuerst die Rothaarige bekommt. In meinem Kopf ist das dann so... Erstmal wisst ihr gerade alle, dass es darum geht, eine Nutte zu ficken. Zweitens geht's darum... Ihr wisst, ihr werdet gleich ficken. Drittens. Die Frau ist eine Prostituierte. Das heißt... Sie... Für sie ist das einfach nur ein Job. Ich weiß nicht. Für mich ist das im Kopf so... So fucked up. Versteht ihr? Haha, fucked up. Okay. Äh. Wenn ihr mich fragt... Oh, das sag ich ja. Wenn ihr mich fragt, sahen sie ein bisschen, äh... Naja, nicht so gut aus, die Mädels. Aber man nimmt, was man kann. Ich hab bei London. Ähm... Wir haben das Apartment. Karte Hayabusa. Danke, Cartman. Karte, mein ich. Hast du schon mal gesehen, wie ein Zombie-Kopf explodiert? Ich hab's heute gesehen. Äh... Äh... Und... Wir haben ziemlich viel aus der Mall bekommen. Aus dem Einkaufszentrum. Nichts ist mehr... Nichts ist mehr da. Okay. Und wir haben schon wieder so einen schwarzen, komischen... Äh... Einen Anführer haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Und wir haben schon wieder so einen schwarzen, komischen Schrauben, komischen Schrauben, komischen Schrauben, komischen Schrauben, komische 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 Schrauben, Vielen Dank.